Herzlichst Willkommen zu dem Projekt Forces of Freedom. Okay, let's go. Das ist ein neues Projekt von mir. Davon kommen jetzt auch sehr viele Freunde. Genauso wie von dem Spiel Gangster Vegas. Also Gangster Vegas kommt genau nach dem Video. Dieses Video wird ungefähr 15 bis 20 Minuten gehen. Jo. Basic kenne ich das schon, aber wir spielen so normal für euch Leute. Ich weiß, die Grafik ist nicht gerade die beste, aber das Spielprinzip ist einfach geil. Ich versuche zuerst die Hölle Brüse. Okay, foxy. Oh, die ganze Sniper. George, es will nicht laden. Okay, wir sind gleich in den Kampf gezogen. Zwei Snipers. Nein, ich bin Kugler. Oh nein, ich bin Kugler. Ich bin Kugler. Ich bin Kugler. Okay, Leute, ich hab das schon... Okay, ich geh doch weg. Alter, das war mein Kill. Okay. Oh, ein Treffer. Oh, ich bin Kugler. Oh, ich bin Kugler. Oh, ich bin Kugler. Endlich! Probieren wir den Sniper mal zu treffen. Ja genau! Und der letzte kriegt mich! Digga! Sniper bin ich hier so besser, aber auch egal. Schade drum. Richtig schade drum. Okay, wir quitten mal das Game. Und ich hab mich grad aufgekrebt. Es tut grad mega weh in der Schulter. Soll die auf jeden Fall warte. Die Sniper 1960. Let's go Sniper! Ich freu mich schon wieder auf Sniper. Geil Luftärmel! Ich muss erstmal wieder Level strengen. Oh, ist der ein Sniper? Ich wollte doch gar nicht... Ich wollte doch gar nicht los schießen, Alter! Leute! Und dieses Tablet spinnt schon wieder. Nur weil der Akku nicht mehr funktioniert. Diggas! Ich hatte doch bloß mein Handy noch. Könnte ich wenigstens vernünftig aufnehmen, Leute! Du musst in die Aufnahme reden! Alter! Geht hier eines die Nerven! Geht hier! Geht hier! Wieder nur zwei Sniper! Und oben da au Maschentritt! Geht hier ganz schön! Bei will ich www! Das ist ein F-B-S-O-Tel. Digger, jetzt geh! Keine Chance bei den F-B-S-O-Tel. Digger, jetzt geh! Digger, du feig ist etwas. Oh, geiler Crit. Digger, du feig ist etwas. Er gibt mir Crit. Geht doch, und die Empfindlichkeit ist wesentlich zu hoch. Diese FPS, Alter! Das ist ein F-B-S-O-Tel. 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 Okay, Leute. Das war's doch erstmal von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Eeeeeeeeyo!